Greenstone Was wirkt? 40 Zauber? Gewinnen mit ner beliebigen Klasse Mit ner beliebigen Klasse gewinnen Ja Ja ich kann es doch machen Weil es ist nicht der Zauber Und dann werden wir mal gucken was in Downstave noch weiter geht Ich hoffe Dass wir dort noch irgendwas reisen können Dass der mal ein bisschen länger überlebt Als nur ein paar Minuten So Ich denke mal Dass man sich da noch ein Haus bauen kann So Recht Ja ja. Jetzt geht es aber ab hier wa? Jetzt wirds ja ab Ha ha Oh Zählt das unter Zauber? Der Typ ist auf dem Molox ausgelegt So wie es aussieht Machen wir mal Ich hätte ja auch ihn heilen können Ah Aha Die sind eh gleich alle weg Das ist auf Molox ausgelegt Krass Der gleich heulen wird Wenn alle seine Karten weg sind Ah Hehehe Hm Ok Ok Was sagt 4? Der hat ein Murloc Das war's Ach verdammt ich hätte erst angreifen sollen Hm 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 Oh mein Gott Shhh Huh Ich frage mich Ich frage mich Nasiata W Ah Ich frage mich ... ... ... Das ist natürlich auch sehr clever Mein Murloc Also erstmal heilen wir uns hier mal wieder So jetzt ist der auf meinem gleichen Niveau wieder Die Diener haben zwei Angriff Auf Ende eures Zuges einen Gnoll Die Diener haben zwei Angriff Ist jemand verletzt? Die Diener haben zwei Angriff Die Diener haben zwei Angriff Die Diener haben zwei Angriff Die Sandsturm Ich nehme den hier Wo soll ich zuschauen, was du fahrt? Ich hätte auch gesorgt, dass die Hunden an mich gehen Fünf Zauber, hab ich gesagt Oh, ich hab hier Wir zocken ja auf die WoW gerade Wir zocken ja auf die WoW gerade Wir zocken ja Hebstum Das Licht wird den Sieg bringen Okay Okay Ist jemand verletzt? Das war's Tschüss Das war's So Das war's Was denn jetzt? Zwei, vier Machen wir Machen wir drei Nimm den hier raus Das war's Dann passen wir dem noch ein bisschen Leben Die sind wohl noch ein bisschen frei Den müssen wir nämlich behalten Als nächstes klatschen wir den Mogu raus Ich muss das Land bewachen Ich muss das Land bewachen Wo ist das? So Sechs oder? Ich muss das mal Ich muss das mal Die reiche da hoch Bereits am Ausritt Kostet meinen Stahl Ich bin bereit zu lernen Ich bin bereit zu lernen Ich bin bereit zu lernen Das war's Ich bin bereit zu lernen Ich bin bereit zu lernen Das war's Ich bin bereit zu lernen Ich bin bereit zu werden. Ich bin bereit zu werden. Ja, was geht denn jetzt hier ab? Wieso ist denn der hier... Ja... Ich rieche Blumen. Ich bin bereit zu werden. 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 Natürlich.. Ich bin bereit zu werden. Ich versuchte dann kein Gerät. Ich bin bereit zu werden. Aber... dasگere Super Brauchtide Zuber Zuhören sind ja irgendwie schonpediterіяque. Ah ne, die Karte ist zu krass, verdoppeln wir mal nischt. Okay. Das war's. Sooo... Hm. Was tut er? Hm. Genau. Hm. Hm. Fügt einen Unfrieten ein. Ich mach's halt. Ich verspürte ihn seinen Vieh dort hin. Hat jemand den Arzt geworfen? Das war's. Oh. Das war's. Sooo... Oh. Ich... Es gehören Wettmeckungen zu welchen Schauf und dann verwandelt der das vier in Schauf. Es flugt dann flippisch aus. Da geht alle Diener ein Was? Oh ey, das ist doch nicht wahr jetzt Die Wahrheit ist mein Schild Was macht er, was macht er, was macht er Der ist schon mal weg Ist jemand von der Nahrung? Hat jemand den Arzt geworfen? Was? Was? We have to Und das ist Was? 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 Oh, da ist Ahem... ja. Das ist natürlich ein sehr zähes Spiel. Ach, jetzt ist er dann ne scheiß Neruwe wieder da. Alle Diener eingefroren. Ey, sag mal, gehts noch? Das war's. So... War vollkommen klar! Die beiden auf den... Dann ist der nämlich kaputt. Ich würde gleich behaupten, das verliere ich, weil... Äh... Das erste Opfer... Ich muss den Diener mit Spott angreifen. Mach da 12 Schaden... 13 Schaden... Gehen wir mal davon aus, wenn das clever spielt. Erhard. Ja... Das war's. So, wo ist denn du schon wieder hier? Hä? Achso Ich wohne hier, entschuldige just schuldige doch mal So, erstmal Pause.